Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute mal diesen Slush-Eis-Budel mal genauer. Die habe ich nämlich aus dem Slush-Eis-Wagen gebaut. Da habe ich angefangen einfach mal mit blauen Bricks hochzubauen. Dann seht ihr auch schon die ersten beiden Teile, die ich aus dem Slush-Eis-Wagen verwendet habe. Das waren zwar leider schicke, aber ja. Dann steht da auch diese Slush-Eis-Maschine, auch aus dem Slush-Eis-Wagen. Also ich finde, das konnte man echt gut umbauen damit. Dann diese gesamte vordere Fensterfront habe ich auch aus dem Slush-Eis-Wagen übernommen. Dann seht ihr da, habe ich so ein Pinguin-Logo genommen und das an die Seite gebaut. Als Dach habe ich auch nochmal die Fliesen vom Slush-Eis-Wagen genommen und dann den großen Slush-Eis auch draufgestellt. Ja, vorne habe ich dieses Verkaufsschild reingestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Innen drin ist ein Slush-Eis-Wagen, ein Mann und halt nochmal die preislichste mit ein paar neuen Sachen. Ja, der Mann ist quasi ein Pinguin, als Pinguin verkleidet. Ja, gibt vier verschiedene Eissorten. Das ist eigentlich sehr solide. Ja, beim Dach, wenn ich das wieder abnehme, dann habe ich in dem Slush-Eis-Leist so ein paar Einmal-Einer-Teils reingetan. Das fand ich in dem Falle sehr passend und hat den Detailgrad erhöht. Und ja, dieses Ding ist hier verschiebbar in der vordersten, also dieses Schiebetür, damit man sehen kann, ob es offen hat oder nicht. Ja, der Verkäufer steht da ganz normal drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Ciao!